noch ein paar letzte worte oder so kann ich ihn looten nein das sollte ich nicht das hat voll den moment geht das hat voll den moment zerstört also hast du dich entschieden was ist mit ihre bewunderung ich habe ich mache es ich schalte mir leid ich wollte ihn doch nur ich wollte so du kannst es mir nicht geben ok dann könnte ich mir jetzt erstmal sein projekt terminal es ist okay ja 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 Ok. So. Hier ist es. 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 Ok. So was da raus. Eis und Schuh. So. 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 Alles klar was zum Idiot. Aha. Interessant. Ok. Dammit Payton. Damit kriegst du dein Gehalt gekürzt. Solltest du noch am Leben sein. Vielleicht hast du das richtige getan. Ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen. Hallo Sierra. Unfassbar, dass ein kluger Mann wie Mr. Brad Burton geglaubt hat. Dass er für immer leben kann. Er hatte wohl Angst vor dem Altern. Beziehungsweise Thanatophobie. Die Angst vor... Sterben. So. So was gibts hier für sicken Shit. Nuka Cola Rezept eh. Nett. So. So. Ich hab's ja gesehen. Er vor kriegst ja jetzt den Packs. ohne plasmapistole aber sonst nicht mehr okay verdammt boss du schläfst echt was mit ihr und ach sag bloß ich sag hier ein bisschen 80 ich hätte mir was geileres vorgestellt von viel größer also so wie bei sierra madrid dlc das war hier aber verziehen habe ich dir noch nicht du hast den mann umgebracht der mein größter held war der die softdrink branche revolutioniert und millionen menschen zum lachen gebracht hat wer bist du dass du hier einfach rein marschiert und alles kaputt macht er hatte eine entscheidung betroffen die ich respektiert habe das solltest du auch ja stimmt es ist nur ich hätte mir nie träumen lassen jemals mit mr brad burton persönlich sprechen zu können so eine gelegenheit zu bekommen und dann wird sie einem weggeschnappt das war hart trotzdem werde ich nicht vergessen dass ich einen tollen augenblick lang den mann getroffen habe der nuka cola erfunden hat das werde ich nie vergessen nie im leben und ohne deine hilfe wäre das nicht passiert danke jetzt wurde das nuka cola rezept hast was willst du damit machen ich bin zwar keine chemikerin aber vielleicht versuche ich zum spaß mal ein paar flaschen herzustellen und wenn das nicht klappt habe ich immerhin ein neues herzstück für meine sammlung hier ich weiß es ist nicht viel aber du hast sehr viel mehr als deine pflicht getan ich glaube ich bleibe noch etwas hier mal sehen was ich sonst noch finden kann wenn ich hier fertig bin brauche ich bestimmt ein größeres haus für mein luka cola museum ist was ich speicher noch mal ab weil ich ich würde gerne die stats von dem anderen von dem anzug wissen nur aus reiner 9 das ist so jetzt wirklich aus purer neugier ich wage kaum zu fragen aber wie lautet deine entscheidung was ist mit dem geheimen nuka cola rezept das du im tresor vermutet hattest das war bevor wir john kaleb bradburton gefunden haben naja ein teil von ihm wer weiß vielleicht verrät er mir das rezept und alle möglichen anderen dinge auch das wäre unglaublich bitte sagt mir dass du ihn am leben lässt ich nehme dein angebot an ich schalte die energie nicht ab danke 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 du tust das richtige es geht hier immerhin um eine große persönlichkeit und jetzt entschuldige mich bitte ich muss mit einer lebenden legende sprechen viel glück mit nuka world anzug was was würde er mir bringen eisgier sieht scheiße aus da war meine entscheidung doch die bessere ich gebe dir das aber nicht mit der munition nicht mit der munition nicht mit der munition nicht sein fast ja nicht die munition gut ich habe sie zwar selber aber trotzdem ganz schön Cob naja blaá MOS bla 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 hab bla 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 auf diese art und weise haben wir auf jeden fall einiges erhebliches an gewicht reduziert das den klima nicht doch noch länger mit bretten reden können bevor du die energie abgeschaltet hat not my problem ok unfassbar dass er die ganze zeit am leben war gefangen in diesem raum einfach schrecklich so ja was ich glaube ich jetzt durch sein oder habe ich vor allem erstens wir haben die das eingekriegt und zweitens theoretisch kann man das zeug doch rausschaffen und damit umfahren mal sehen was ich hier noch so für meine sammlung finde sierra ich mache dann bald mal den abflug hier gibt es nicht mehr viel für mich morgen die tut mir jetzt voll leid aber trotzdem seine augen bewegen sich noch ja es gibt ja auch feuerung die wahrscheinlich die fette anspielung darauf das wort disney auch noch eingefroren und zumindest sein kopf eingefroren irgendwo in ersten disneyland rumgammelt tatsächlich und so dass man den das sehen kann und alles seit nicht für die öffentlichkeit zugänglich aber das seit da ist und jetzt